Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscher und heute bin ich wieder für euch in Battlefields unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Preparation Guide präsentieren, beziehungsweise auch noch so ein paar Leveling-Tipps und Tricks zum Anfang von der Expansion mit einstreuen. Und zwar wurde das jetzt die letzten Tage schon öfter in den Kommentaren gefordert, dass ich doch mal sowas machen soll. Und ich hab mich jetzt ein bisschen hingehockt, ein paar Sachen zusammengesucht, rausgesucht. Und ja, ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein wenig helfen mit dem Ganzen. Ich denke mal, es dürfte für jeden was dabei sein, dass er vielleicht noch nicht wusste. Ich hab mir jetzt da ein bisschen Arbeit gemacht quasi. Also, das allererste, was ihr vielleicht machen solltet, was ihr auch schon machen könnt, bevor das Add-on startet, ist eine leidige Angelegenheit und ich hab sie auch noch nicht getan. Aber ich kann euch das wirklich empfehlen, macht eure scheiß Taschen leer, ja? Ihr seht, was ich hier für einen Mist hab. Ihr habt irgendwie, gut, ich hab hier auch noch irgendeinen anderen Charakter drin, aber ihr habt hier 10.000 Gear-Sachen aus Mythic-Modus, die ihr sowieso nie anziehen werdet oder jetzt nicht mehr anziehen werdet, als Auswechsel-Gear, weil es ein bisschen bessere Stats oder sowas hat. Macht das alles platt, haut das alles zum Teufel. Ich würde euch raten, nehmt das Gear, was ihr anhabt, mit. Und das war's, ja? Vielleicht ein paar Langendaries, aber den Rest haut zum Teufel. Ihr kriegt besseres Gear, ihr braucht den Shit nicht mehr, ja? Haut das weg, Transmog habt ihr eh über das Transmog-System und selbiges gilt auch für die Bank. Ich denke mal, das müsste man eigentlich nicht sagen, aber ich erwähne es hier einfach mal. Und schickt auch am besten, ähm, Sachen, die ihr stockgepeilt habt auf Twings und macht das mit denen. Ich zum Beispiel hab hier diesen ganzen Käse gestockpeilt. Haut das alles zu Twings, das braucht ihr nicht. Ähm, zusätzlich dürftet ihr vielleicht wahrscheinlich dasselbige Problem haben wie ich, dass ihr das ganze, äh, die ganze Scheiß-Bank mit Legendaries voll habt. Ich glaub, ich hab alle Legendaries vom Drood und das sind, weiß ich nicht, 20, 30, 40, ich hab keine Ahnung. Es sind sehr, sehr viele, ja? Ich würde euch empfehlen, dass ihr diese Legendaries ins Void-Storage-Dings haut, ja? Wer jetzt nicht genau weiß, was das ist, möchte ich das einmal kurz zeigen. Und zwar, ähm, möchte man ja lieber Platz auf der Bank haben. Ihr werdet am Anfang sehr viel neues Gear kriegen, ihr werdet nicht ganz sicher sein, was brauche ich, was hebe ich lieber auf, zumindest geht's mir am Anfang von einem Add-On immer so, dass ich, äh, 10.000 Sachen auf die Bank packe, weil ich mir da nicht so sicher bin, ob ich's, ähm, ob ich's für irgendwas brauche. Und dann stellt sich im Schluss raus, dass ich's nie brauche und das Zeug versauert da ewig. Aber den Platz zu haben ist gut, weil man will nicht, wenn das Add-On frisch ist, quasi ewig viel Zeit verschwenden, sich zu überlegen, wo man das alte Zeug jetzt hinhaut. Genau, hier, dieser Void-Typ ist einmal hier, das Leerenlager heißt das. Und zwar, ähm, kann man da einfach auch Zeug reinpacken, wie auf einer Bank. Bloß muss man ja jedes Mal was zahlen, wenn man was reinpackt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sag hier, diese Schultern vom Healdreed, nee, das ist sogar vom, doch, verjüngeren Healdreed, die will ich hier in den Void-Storage packen, dann muss ich hier 10 Gold zahlen, dann wird das eingelagert, dann ist das quasi dauerhaft hier drin und man hat da relativ viel Platz und kann dann einfach quasi Sachen, die man lang nicht braucht, da einlagern. Ich denk mal, vielleicht wissen das die meisten gar nicht mehr, weil das ewig im Game ist und das eigentlich kaum einer nutzt. Ich hab da irgendwelches uralt Transmog drin, unter anderem hier auch die Challenge-Mode-Sachen aus MOP und das war, glaub ich, das letzte Mal, wo ich dort war. Gut, soviel zu dem, also wirklich alles einmal cleanen. Dann kann ich euch empfehlen, ähm, jetzt auch wieder so ein Tipp, der vielleicht jetzt nicht so ganz, ähm, mit WoW zu tun hat, schaut, dass ihr euren Stuff vielleicht, wenn ihr irgendwie noch was zu erledigen habt, wenn ihr noch irgendwie was aufräumen müsst, schaut einfach, dass ihr das jetzt die Zeit, wo ihr quasi noch Zeit habt, vom Add-On-Start, wenn ihr jetzt so No-Life-mäßig drauf seid, wie ich dann, äh, quasi sobald das Add-On hittet, dass ihr das einfach nur macht. Ich weiß, es ist schwer, ich schiebe auch ganz gern was auf, aber schaut, dass ihr den Stuff noch vorher macht, dann habt ihr das von der Backe und könnt im Add-On echt durchziehen. So, das jetzt zu den Sachen, die man quasi so im Vorhinein schon mal erleben kann. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns ein paar Items an, die relativ sinnig sind und die euch quasi das Leben doch wesentlich erleichtern können. Und zwar fangen wir an mit dem offensichtlichsten, und zwar mit dem Goblin-Gleiter. Ja, Goblin-Gleiter-Bausatz, ich denke mal, es dürfte jeder kennen, was das Ding macht. Ich kann es auch mal zeigen, für die Leute, die es nicht kennen, äh, ihr werdet in Battle for Azeroth Überraschung, ihr werdet nicht fliegen können am Anfang. Und mit dem Dings, oh, jetzt habe ich es verkackt, habt ihr hier so einen, so einen Goblin-Gleiter, wo ihr quasi nach vorne fliegt. Die Dinger kosten nicht viel, 20 Gold bei mir auf dem Server. Und wenn ihr jetzt, äh, auf hohen Bergen seid, vor allem als Hordler ist es so, auf Zandala, hier gibt es ziemlich viele Berge, dann ist es praktisch, einfach schnell voranzukommen. Ähm, hier in Kultiras, naja, ihr seht, hier gibt es halt auch einige. Also, es macht schon Sinn, vor allem, wenn man von weiter oben auch runter muss. Und man kann mit denen auch relativ große Strecken zurücklegen. Ist auf jeden Fall eine richtig schicke Geschichte. Dann, ihr solltet euch einen Mount holen, wo ihr Sachen verkaufen könnt. Ihr werdet, wenn ihr levelt, ewig viel Zeug ansammeln. Und ihr werdet nicht immer die Möglichkeit haben, wenn ihr mitten in der Pampa seid, euer Zeug zu verkaufen, beziehungsweise zu reparieren. Da ist zu empfehlen, dass ihr einen Mount habt, das quasi einen Reparierhandswurst drauf hat, beziehungsweise einen Mount habt, wo ihr auch dementsprechend verkaufen könnt. Das kann das Expeditionsjagd sein. Das kostet, glaube ich, 120.000 in MOP. Das muss es nicht sein, außer ihr müsst unbedingt transmoggen, warum auch immer. Äh, das kriegt ihr übrigens hier oben bei den Grummeln war das, glaube ich, dass du das kaufen konntest, 120.000. Oder ihr nehmt die günstige Variante, und das ist zwar, das ist dieses Mammut, ähm, das ihr einmal in Dings kaufen könnt. Und zwar im alten Dalaran in Nordend, wenn wir da mal einmal hin switchen, und zwar altes Dalaran, äh, da kann ich jetzt nicht draufdrücken, aber vom Pet Battle Laden, da ist die Dame. Ich denke mir, die meisten dürften das haben. Das Mammut kostet 16.000 Gold, ist nicht das große Gold, und das amortisiert sich relativ schnell. Solltet ihr, denke ich mal, eh schon haben. Aber wer das noch nicht hat, vielleicht nochmal zulegen. Ähm, dann ist es praktisch, wenn ihr einen Mount habt, das Strecken über Wasser zurücklegen kann, ähm, denn ihr seht, das sind beides Inseln, vor allem bei der Allianz ist es sehr, sehr viel Wasser drin, und wenn ihr da schwimmen müsst, ist es ätzend, ja. Also wenn ihr da den Wasserschreiter habt, den hier, seid ihr auf jeden Fall bevorteilt. Ähm, es gibt zwei Wasserschreiter, die ihr auch holen könnt. Einen Wasserschreiter könnt ihr euch holen, indem ihr die Dailies bei den Anglern hier unten macht, in der Kasserang-Wildnis, ähm, und zwar ist das hier das Lager. Wenn ihr da jetzt noch nicht angefangen habt, werdet ihr sicher nicht mehr fertig, bis das Add-on hittet. Das ist mir durchaus bewusst, ähm, ich will euch auch ein paar Alternativen nennen. Ihr könnt als Alternative das, ähm, einen gleichen Schreiter holen. Der hat ein bisschen andere Farbgebung. Ich glaube, der eine ist blau, der andere ist rot. Ähm, den gibt es dann einmal in der Garnison zu erspielen, hier, ähm, in, ja, in Draenorb oder bei der Horde dementsprechend drüben im Frostfeuergrad. Das ist aber auch ein bisschen zeitgegatet. Vielleicht habt ihr ja da schon angefangen und könnt den noch fertig spielen. Und wenn ihr von beiden nicht mehr die Möglichkeit habt, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr euch zumindest ein Mount holt, das, ähm, schnelleren Swim-Speed hat. Also die Dinger können übers Wasser laufen. Es gibt aber auch Mounts, die quasi, ähm, im Wasser allgemein schneller schwimmen. Dann habt ihr zumindest ein bisschen was. Und da bleibt euch die Alternative, dass ihr euch Poseidus im Auktionshaus kaufen könnt. Das ist quasi das Mount, was man in, ähm, Bashir angeln kann. Hier, genau, das Seepferdchen von Poseidus ist das hier. Berühgendes Seepferdchen. Ähm, das hat schnelleren Swim-Speed. Ihr könnt euch die Schildkröte holen, die ihr euch übrigens in der Garnison unter anderem angeln könnt. Ihr könnt euch diesen Rochen holen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie er heißt. Rochen. Ähm, hier, der ist es, Dunkelwasserrochen. Den kriegt ihr im Moment auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Und das ist ja auch ab, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video ja uploade, habt ihr jetzt noch bis Ende der Woche quasi, dass ihr auf die Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel geht. Und auf der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel könnt ihr Fische angeln an jeglichem Gewässer. Und diese Fische könnt ihr quasi dann für 500 von denen einlösen und kriegt diesen Rochen. Und habt zumindest schnelleren Swim-Speed, falls ihr jetzt die anderen Sachen nicht habt. So, soviel dazu. Dann, ähm, kommen wir zum nächsten. Und zwar kommen wir zu Leder-Items. Und wir gehen zu Leder-Items, die wir im Moment noch gar nicht, ähm, quasi basteln können, sondern die wir erst mit dem Addon basteln können. Und da gibt es nämlich hier ein paar verschiedene, die wir uns holen können. Jetzt mache ich das bloß alles zu, dass ihr da ein bisschen besseren Überblick habt. Und, nein, 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 die Trommeln brauchen wir nicht. Genau, hier, ähm, verhindert zwei Stunden lang, dass Spielercharakter beim Reiten in Kul Tiras und Zandala, äh, benommen werden, quasi. Heißt, wenn ihr das als Lederer herstellt, oder ihr könnt es auch ins Auktionshaus kaufen, könnt ihr das quasi anwenden. Und ihr seid dann quasi zwei Stunden lang, könnt ihr durch Mobs durchlaufen, ohne, dass die euch ständig benommen machen. Kann ganz praktisch sein. Vor allem, wenn man halt eine Quest hat, kühlt davon ein paar und dann hat man die Killed, muss zurücklaufen, dann muss das ganze Lager durchrennen. Es spart euch ein bisschen Zeit, ja. Dann haben wir, ähm, hier nochmal eins. Ähm, legt einen Taucheranzug an und dann Schwimmfertigkeit um 100%. Das kann auch eine praktische Sache sein. Und hier haben wir dann nochmal Unterwasseratmung, was ihr euch quasi auch einmal holen könnt. Und sonst hatten wir hier die Trommeln. Und, ne, das war das andere. Also, das waren diese drei Leder-Items, die doch von Interesse sein können, wenn man jetzt hier keine unendliche Wasseratmung hat. Beziehungsweise, wenn man jetzt, äh, einen Schwimmspeed braucht, weil man vielleicht jetzt auch diese Mounts nicht hat, ne. Aber das mit dem Benommen machen ist schon eine starke Sache, weil ich denke mal, der eine oder andere kennt es, man will ihn bloß schnell durchretten, dann wird man von allen abgemordet, wird, wenn es blöd läuft und meine Stoffklasse ist, noch rumgeboxt und dann hat man halt einen Haufen Zeit, die man verschwendet hat. Genau. Ähm, dann das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist eine Geschichte, wo ihr ein bisschen mehr AP rauskriegen könnt. Und zwar, ihr könnt, wenn ihr eine Gilde habt, die ein wenig was erspielt hat, hier diese Gildenbanner kaufen. Und zwar, ähm, haben wir insgesamt drei Gildenbanner, hier haben wir einen grünes, das bringt 5% mehr AP, dann haben wir ein blaues, das bringt 10% mehr AP, und dann haben wir noch ein episches, das bringt 15% mehr AP. Und die könnt ihr einfach kaufen, könnt ihr aufstellen, die haben einen relativ großen Radius, wenn ihr zum Beispiel, ähm, an einer Stelle länger unterwegs seid, weil ihr viele Quests dort habt, oder weil das ein Bonusziel ist, dann stellt einfach diese Flaggen auf, ja. Und dann kriegt ihr den AP-Buff, beziehungsweise die Gruppenmitglieder in der, in der Gruppe, die in der gleichen Gilde sind, kriegen dann auch den AP-Buff und theoretisch könntet ihr euch auch abwechseln mit diesen Bannern und dementsprechend ein bisschen mehr rauskriegen. Ähm, die haben hier verschiedenen Cooldorn, also das, wenn man, wenn man es quasi aufsteht, hat es 10 Minuten Cooldorn, hält eine Viertelstunde an der Stelle, und die Loweren haben quasi dann immer nur 2 Minuten Cooldorn. Also quasi kann man eigentlich an jedem Spot 1 von diesen Bannern hinstellen, wo man am Questen ist. Ist nicht viel, ich gebe es zu, aber ist vielleicht ganz nett für den einen oder anderen, um noch ein Ticken mehr zu kriegen. So, dann, ähm, kommen wir nochmal zu einer anderen Geschichte mit Legendaries. Ähm, prinzipiell solltet ihr vielleicht die Legendaries anlegen, die für eure Klasse am besten sind. Es gibt aber ein paar Sachen, ähm, die vielleicht Ticken besser sein könnten. Es gibt nämlich hier, ähm, einen Trinket, Killjaden's Burning Wish heißt es, glaube ich, das ist dieser E-Trinket, was eigentlich viele Ideen sind. Ich glaube, das hat jede Klasse, kann das bekommen. Und das, äh, ist eine relativ nette Sache, vor allem, wenn man am Questen ist, viele Mobs zusammenzieht und einfach die Viecher wecker eht, ja. Das kann ich euch empfehlen, dass ihr das vielleicht anlegt. Das ganze Gedöns geht quasi bis Level 200, nee, bis 116. Ab 116 sind ja die Legendaries quasi einmal, ähm, ja, ausgeschalten. Dann funktionieren sie nicht mehr. Dann kann man auch andere Items anziehen, die quasi besseres Itemlevel haben. Und da ist ein Fan, würde ich mal sagen, wir müssen ihn jetzt leider ignorieren, weil ich das Video weitermachen will. Ähm, und was ich dann noch empfehlen kann, wenn ihr jetzt nicht ein anderes Legendary habt, das euch extrem viel Damage mehr bringt, und dass ihr den Hals anzieht, der euch einfach hier nochmal ein wenig, ähm, das Absorb-Schild bringt. Dann könnt ihr hier Mobs zusammenziehen, dann macht das Ganze, ähm, schon ein bisschen mehr Sinn. Hier Prüders, also wenn ihr Prüders zusammen mit Kilchadens Burning Wish anzieht, wo haben wir das eigentlich hier, genau, ähm, Kilchadens Brennender Wunsch heißt es im Deutschen, dann könnt ihr da schon relativ gut reinfetzen. Das wurde zwar einen Ticken genervt, ist aber immer noch sehr, sehr gut, ist aber klassenabhängig. Wenn andere Legendaries bei euch sowieso viel stärker sind, dann nehmt lieber die. Ich werde zum Beispiel auf jeden Fall die Luftverwickel nehmen, weil 25% mehr auf meinen Hauptfähigkeiten, mehr Damage, da geht eigentlich fast nichts drüber. Und ja, wahrscheinlich werde ich dann noch Kilchaden mitnehmen, weil ein bisschen Absorb brauche ich als Tank sowieso nicht. Genau, soviel zu Legendaries. Wie gesagt, kann bei verschiedenen Klassen anders sein, da müsst ihr gucken. Ihr könnt auch gerne in Kommentare schreiben, übrigens, wenn ich bei der Aufzählung was vergesse oder für bestimmte Klassenkombis, was ihren Legendaries empfehlen würde. Das denke ich mal, wenn wir da als Community ein bisschen zusammenarbeiten, hilft das dem einen oder anderen. Genau, jetzt stehe ich hier wieder auf meinem Spot, da habe ich mich drauf festgelegt. So, dann das Nächste, auf was ich eingehen möchte, sind, ähm, ist Food, Flas und solche Gedingsel. Ihr braucht es nicht unbedingt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht immer drin haben, aber es kann einem ein bisschen supporten. Und da kann ich, ähm, euch beim Food sagen, äh, haut euch am besten kein Stead-Food rein, sondern nehmt das Bären-Tata mit. Und ja, ich weiß, der ein oder andere wird jetzt schreien, naja, aber Bären-Tata haben sie doch genervt und hin und hin. Ja, sie haben es genervt, aber es bringt immer noch, äh, es sind, glaube ich, nicht mehr 70%, was es da vorher war, sondern nur noch, ich glaube, 15% waren es. Also ziemlich viel weniger, aber dafür, äh, müsst ihr rechnen, jedes Mal, wenn ihr einen Mob umhaut und beim Questen werdet ihr viele Mobs umhauen, kriegt ihr diesen 15% Speed-Bonus zumindest noch und es macht was aus. Ihr seid damit schneller. Und ob ihr jetzt ein paar Steads mehr habt, wird wahrscheinlich nicht so viel ausmachen wie der Movement Speed. Kann ich mir vorstellen, ist es aber, denke ich mal, auch geschmacksam. So, ähm, dann das nächste sind Flas und, ähm, Runen. Ich empfehle euch nicht, euer extra Flas zu kaufen und dementsprechend Runen rein zu haben. Wenn ihr die noch habt, setzt ihr ein, okay, das Zeug muss weg, das will eh kein Mensch mehr haben. Im neuen Content werden die Leute die neuen Sachen benutzen. Ähm, was ich empfehlen kann, was vielleicht der eine oder andere noch rumliegen hat oder sich vielleicht jetzt auch kaufen möchte, sind zwei Sachen. Und zwar gibt es hier diese lichtgeschmiedene Verstärkungsruhne. Die ist unendlich und kann man sich einfach einsetzen und kriegt 15, ähm, quasi, hier, Vielseitigkeit ist es, glaube ich. Ne, Beweglichkeit, Dings, naja, Mainstead sind es, okay, ich hab mich vertan. Mainstead, 15 Mainstead, das ist nicht schlecht, ja. Und die hat man für immer, die konnte man einmal auf der Windika kaufen, wenn man bei der Armee des Lichts ehrfürchtig war. Wenn ihr die nicht habt, ist auch kein Beinbruch, aber solltet ihr die haben, denkt dran, setzt das immer wieder ein. Es ist ein bisschen, was euch hilft. Und das zweite, was ich hab, ist quasi eine unendliche Flass. Und zwar, wenn wir die einsetzen, ähm, äh, achso, ja, ich hab mir die gerade gekauft, dann wird die quasi irgendwo. Und ihr seht, ich hab dadurch, Teufelsfokus heißt das, da habt ihr dann, ähm, euren Mainstead quasi einmal um 23 erhöht und die Ausdauer um 34 erhöht. Die ist, ähm, von den Legionsrichtern, wenn ihr respektvoll seid und die könnt ihr euch einmal kaufen auf der Legionsrichter, ähm, Insel. Und zwar hier bei dem, bei dem NPC, der etwa hier steht, kostet 7500 von Niedersplittern. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich hatte die irgendwie nicht, komischerweise, hab mir die jetzt gerade mal geholt, ähm, ja, Niedersplitter, hat mir die noch rumliegen. Alternativ, wenn ihr den Ruf oder den Niedersplitter nicht habt, könnt ihr euch auch, ähm, aus WOD, ähm, gab es im Tannan-Dschungel bei der Fraktion hier oder bei Horde hier, einen Händler, auch der Apexersplitter-Händler, der hat euch auch so eine Endless-Rune verkauft. Und das witzige ist, die hat, ähm, ich glaub, die hat 24 Mainstead sogar drauf, also mehr dafür kann ja Ausdauer drauf. Also allein Mainstead hat sie mehr drauf, was, was irgendwie weird ist, weil das ein Add-on zurücklegt, aber das wäre zum Beispiel noch eine Alternative, die man sich vielleicht holen könnte. So, ähm, so viel zu den Geschichten, dann, ähm, kann ich euch nochmal schnell was anderes zeigen, und zwar zwei Toys. Erstmal den Raketenhelm X-52, was macht der komische Raketenhelm, wenn ihr den einsetzt, dann werdet ihr hochgeschleudert, ja, und wenn ihr es dann zusammen mit dem Goblin-Gleiter benutzt, dann seht ihr, könnt ihr vielleicht ein paar Berge überbrücken. Also das kann eine coole Sache sein, den könnt ihr überall benutzen, der hat keine Restriktion, dass ihr irgendwo Spezielles sein dürft, und, ja gut, der hat jetzt halt fünf Minuten Abklingzeit, aber jetzt nehmen wir mal an, ihr habt da, äh, ihr habt da irgendwo einen Berg und der ist halt nicht ganz so hoch und ihr wollt halt drüber und müsst auf die andere Seite und müsst da ewig außen rumhatschen, weil ihr könnt halt nicht fliegen, dann kann das, das kann eine nette Sache sein. Es kann auch sein, dass ihr es nirgends gebrauchen könnt, das mag sein, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen eine nette Geschichte und, ja, einmal den Raketenhelm konnte man sich in Burning Crusade im Netersturm, war das, glaube ich, einmal erspielen. Ob ihr ihn euch jetzt extra farmt, ist eure Sache, wenn ihr ihn habt, äh, vielleicht so ein kleines Erinnerungsding, das ihr ihn auch einsetzt. Ähm, und die zweite Sache war, jetzt muss ich gleich selber gucken, Flüstern, genau, Flüstern, ne, Flüstern von Rai Voss, ich hab das sicher falsch ausgesprochen, ist aber egal, und zwar, ist das ein Item, wenn wir jetzt mal hochfliegen, achso, warte mal, nein, ich muss hochfliegen, ich hab jetzt auch den Helm auf, das sieht bestimmt dumm aus, wenn ich jetzt hier das Ding maut wegmache, dann kann ich das Ding hier einsetzen, oh, das geht während der Bewegung nicht, oh, ich bin gestorben, scheiße, äh, okay, wir machen das anders, wir machen das anders, ähm, ich hätte, ich hätte das vielleicht vorher testen sollen, nee, das ist einfach ein Item, das euren Fallschaden quasi, äh, verringert, muss man aber casten, das hatte ich jetzt, äh, falsche Erinnerungen, da kriegt ihr einfach so eine Feder drauf, also wenn ihr schon fallt, dann, äh, ist quasi RIP, was ihr gerade gesehen habt, das müsst ihr vorher einsetzen, also wenn ihr so ein paar kleine Distanzen überbrücken wollt, dann könnt ihr das machen, aber, wie ihr gesehen habt, wer im Fall kann es das gar nicht, ich dachte, man kann es während dem Fall einsetzen, gut, nevermind, das Ding ist eher so semi-gut. Gut, ähm, soweit dazu, dann das nächste, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise ansprechen wollte, ist ein Knappe, und zwar ist es der Zugriff auf die Bank, und zwar gibt es hier diesen Erkenntungsknappen, vielleicht hat ihn der ein oder andere Spiel zu Red of the Lich King, und dann kann man sich hier quasi diesen netten Knappen rufen, und der Knappe, der hat Möglichkeit quasi sich auf die Bank zuzugreifen, wenn man ihm sein Pony gekauft hat, also damals, ähm, 150 von diesen Erdenkungsmünzen quasi, ihr könnt ihr sehen, hier auf die Bank zugreifen, und das konnte man in Nordender spielen, und zwar hier oben bei diesem komischen Turnier. Warum ist das praktisch? Und zwar, ähm, ihr werdet die Greens, beziehungsweise allgemein die Items, die ihr im Add-on lootet, werdet ihr am besten behalten, denn ihr könnt diese Items, ähm, in den Scratcher packen, quasi, und dieser Scratcher, ich kann das einmal kurz zeigen, das ist quasi, ich bin jetzt hier mal auf die Alpha, oder auf die Beta geswitcht, bin einmal in Poralos quasi, genau hier, und da haben wir dieses Ding hier, wie heißt das jetzt auf Deutsch, Rottomat 1000, und da könnt ihr alle möglichen Items reinpacken, weil da habe ich jetzt hier irgendwas Grünes, zum Beispiel hier habe ich ein grünes Item, und das könnt ihr dann quasi verschrotten, ja, wenn ihr das verschrottet, dann kriegt ihr Matz, ich habe jetzt hier sowas gekriegt, das ist ein Handwerk-Matz, und die könnt ihr für alle möglichen Sachen, erstmal braucht ihr die auch für die Berufe, ja, zum Craften, und, ach, das kann ich jetzt gar nicht hier reinbasteln, und außerdem kann, könnt ihr es bei Fraktionen das Zeug auch noch abgeben und Ruf kriegen und solche Geschichten, also, ihr solltet nichts, was ihr in den Verschrotter reinpacken könnt, und ihr könnt ja alle Items, also Gear-Items reinpacken, solltet ihr beim Händler verkaufen, sondern ihr solltet wirklich auch alles verschrotten, und das macht schon Sinn, deswegen jetzt die Geschichte mit der Bank, weil ihr werdet vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt dann das halbe Item oder das halbe, dreiviertel Inventar voller Items haben, die ihr zwar eigentlich beim Händler verkaufen könntet, aber lieber in das Ding packen wollt, und ihr wollt aber nicht jedes Mal da zurückgehen, um zum Verschrotter zu gehen, weil ihr ja gerade vielleicht im Questflow seid, also, da kann das schon praktisch sein, den zu haben. Erspielen werdet ihr ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr können, außer ihr seid da schon relativ weit beim Ergänzungsturnier, aber für die Leute, die ihn haben, vielleicht das kleine Erinnerung, weil es doch schon ein paar Addons her ist. Gut, das waren soweit die Items, die ich vorstellen wollte. Jetzt wollte ich noch über ein paar andere Sachen sprechen, und zwar, die jetzt das Leveln allgemein betreffen. Zum Ersten wollte ich darüber sprechen, soll man mit Warmode leveln oder soll man nicht mit Warmode leveln. Also, ich sag mal so, theoretisch starten Allianz und Horde auf zwei verschiedenen Kontinenten. Allianz startet auf Kultiras, und die Horde startet ja auf Zandala, warum kann ich jetzt hier nicht rauswitchen? Genau, Kultiras, Zandala, und man kommt quasi sich erst ins Gehege oder auf den anderen Kontinent, wenn man diese Walk-Kampagne quasi spielt. Und die kann man das erste Mal ab 112 spielen, ist das erste Mal. Und dann ist es, glaube ich, auf drei Etappen aufgesplittet, dann irgendwie, weiß ich nicht, die anderen weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal auf 115, 118 oder so. Ich habe selber nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist es aufgesplittet, und die gegnerische Fraktion wird zwar auf den eigenen Kontinent kommen, aber halt nicht in dem großen Ausmaß. Wenn ihr relativ am anderen Schwung vom Edda und gleich durchzieht, könnt ihr den War-Mode ruhig anmachen, weil ihr werdet wahrscheinlich eh keinen Gegner sehen. Es kann jetzt sein, wenn ihr das ein bisschen später macht, dass dann schon relativ viele Leute da sind, dass dann quasi schon Leute Dailies, also von der 20. Dailies offen, oder nicht Dailies, sondern World-Quests auf dem anderen Kontinent machen und euch dann vielleicht ins Gehege kommen, das kann sein, aber prinzipiell könnt ihr ihn anmachen. Ihr müsst eins im Hinterkopf behalten. Um jetzt quasi alles mitnehmen zu können, braucht ihr, müsst ihr eh möglichst alles durchquesten, weil es wird in einem Pfadfindag, Schieffindgebung, wo ihr schnell reiten könnt, was ihr später wieder fürs Fliegen brauchen werdet, also es am Anfang gleich mitzunehmen, ist sinnvoll. Und ihr braucht keine drei Gebiete, um auf 120 zu kommen. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht durchgequestet auf der Beta, weil ich mir das jetzt nicht vorwegnehmen will, aber aus allen Quellen, die ich jetzt bezogen habe, oder auch Kollegen, die ich gefragt habe, die es durchgequesten haben, die haben gemeint, sie haben nach einem Gebiet waren sie schon mehr als halb durch, eineinhalb Gebiete, vielleicht maximal zwei und man ist durch ohne War-Mode. Also sprich, braucht ihr nicht unbedingt, ihr müsst ja dann eh alles durchquesten, wenn ihr diese Sachen freigeschalten haben wollt, von dem her, unbedingt nötig ist er nicht, es beschleunigt euch das halt und wahrscheinlich ist es bis quasi die Masse von der gegnerischen Fraktion auf dem Kontinent ist eh easy, weil da einfach keine ist. Und ihr müsst eins noch mit bedenken, ich empfehle euch ihn am Anfang deswegen anzumachen, denn über den War-Mode kriegt ihr nicht nur 10% mehr EP, was die meisten wissen, sondern selbst die PvP-Abilities gehen auch auf PvE-Mobs. Das heißt zum Beispiel hier, wenn ich Zermalmen mache, macht Brankenheap und Hauen 25% mehr Schaden für 6 Sekunden. Und das, also Hauen ist, oder Brankenheap, Hauen und Brankenheap sind eigentlich meine Hauptangriffe, also meine Haupt-RE-Angriffe und wenn die halt 25% mehr Schaden machen, dann level ich halt auch im PvE wesentlich schneller. Nicht nur hier mehr EP, sondern auch der allgemeine Level-Fluss wird dadurch schneller gehen. Genau, deswegen ist wahrscheinlich War-Mode schon sinnvoll. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich will da Chilic durch, ich habe keinen Bock, theoretisch irgendwie, dass mich einer angreift, ich mache die Quest sowieso, dann lass das aus. Ja, es sind nur 10% und bei vielen Klassen sind jetzt auch die Extra-Abilities vielleicht auch nicht so krass. So, dann vielleicht jetzt noch so ein paar einzelne Tipps, die ich mir jetzt rausgesucht habe, zum allgemeinen Hochspielen. Wie gesagt, ich habe selber nicht hochgelevelt, aber das waren Sachen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Es gibt wieder so eine Pfeife, die ihr ja auch schon aus Legion kennt, wo ihr quasi, also diese Pfeife vom Flugmeister quasi, die könnt ihr euch auch wieder freispielen und dort ist es so, dass ihr aber bei den Fraktionen von den drei Gebieten freundlich sein müsst. Wie vorhin schon angesprochen habe, die meisten haben berichtet, dass in einem Gebiet schon teilweise sechs Level gemacht haben und man nicht mal zwei Gebiete braucht, um auf max Level zu kommen. Jetzt ist es so, ihr spielt zum Beispiel erste Gebiet komplett durch, zweiter Gebiet halb durch und seid 120, ja. Dann habt ihr aber, seid ihr bei zwei Gebieten vielleicht, habt ihr den Ruf, aber am dritten nicht, müsst ihr ins dritte Gebiet spielen, um erst diese Pfeife zu haben. Ist blöd. Deswegen ist die Empfehlung, ihr sucht euch ein Gebiet raus, haut das komplett durch, geht ins zweite Gebiet, macht da die Quest, bis ihr freundlich seid, geht dann ins dritte Gebiet, macht da die Quest, bis ihr freundlich seid und dann könnt ihr da fertig questen. Dass ihr halt direkt schon den freundlichen Ruf bei allen Fraktionen habt, habt die Pfeife, beschleunigt halt vielleicht das Ganze ein bisschen. Dann mit diesem komischen Schrottomat-Ding hatte ich ja schon angesprochen mit diesem Teil hier. Ihr solltet eure Greens und eure ganzen Sachen, die ihr kriegt, solltet ihr quasi nicht beim Händler raushauen, sondern verschrottet das. Die Ressourcen könnt ihr sicher brauchen. Der nächste kleine Tipp vielleicht noch. Dann gibt es diese War-Kampagne. Ich persönlich werde erst die Gebiete durchspielen, dann die War-Kampagne machen. Man soll aber anscheinend, wenn man 112 hittet, die War-Kampagne soweit spielen, bis man zum Missionsthebel kommt, denn da muss man anscheinend, so wie mir das gesagt wurde, eine Mission losschicken. Und wenn ihr jetzt alle Gebiete erstmal durchballert und das dann erstmal 120 macht und dann ein paar Quests macht und dann diese Mission losschickt, die dann anscheinend 7, 8 Stunden dauert, dann habt ihr einen riesen Downtime. Deswegen auf 112 Level, die ein paar Quests bei der War-Kampagne machen, bis die Missionen kommen, die losschicken und in der Zeit spielt ihr dann einfach, während die Mission läuft, über die Gebiete hoch und könnt dann dementsprechend, wenn ihr auf 120 seid, wahrscheinlich wird es etwas so ausgehen, dass dann die Mission wieder zurück ist, die War-Kampagne weiterspielen. Das wurde mir so als Tipp mitgegeben und das wollte ich euch an euch quasi auch weitergeben, dass ihr da nicht quasi so gegatet seid und dann dranhackt, kacke, jetzt habe ich alles durchgequesselt und muss aber trotzdem hier warten, blöd. Es wäre nervig und deswegen dachte ich mir, dass ich es hier mit reinpacke. Gut, das waren jetzt so ein paar kleine Tipps. Und ich denke mal, der ein oder andere von euch hat auch nochmal irgendwas, was er vielleicht gehört hat, was er schon mal ausprobiert hat. Vielleicht auch einige, die jetzt hier auf der Beta schon komplett durchgequestet haben. Wenn ihr da irgendwas habt, irgendwas Cooles noch, packt es sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Einfach, dass wir möglichst große Informationssammlungen haben und das allen ein gewisschen geholfen ist. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich vielleicht das ein oder andere Neue noch zeigen, was er machen kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich auch selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.